Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Project Bulgaria. Heute geht es um den Büroschrank, der im Wohnzimmer steht. Die Folge wird ausführlicher und wir wollen ein neues Filmformat testen. Gebt uns deswegen bitte unbedingt ein Feedback, ob es okay ist für euch oder ob ihr wirklich alle Aufbauten in Schnelldurchgang sehen wollt. Dann wären wir in circa drei Wochen komplett durch mit der Wohnung und hätten noch keinen passenden Content, weil wir immer noch kein Grundstück haben. Ist falsch. Warum? Weil der hier bis hier oben gerade musste und nicht so wie hier, wie hier. Guck mal, ob der hier. Ja, das habe ich ja gemeint. Aber das ist noch geöffnet. Das habe ich gerade auf. Ich meine, woher willst du das auf der Zeichnung wissen, dass das da so ist? Ja. 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 Und jetzt passt das Brett. Ja. Ja. Und jetzt passt das Brett. Ja. Ja, ich bin hierher. Ja, ich bin hierher. Ja. Und ein Bier. Ja. Ja. Der erste Schritt, den du gemacht hast, war falsch. Eugenia, gehst du bitte Kaffee nach? Alles ist dadurch kaputt. Sehr nett, aber... Das ist scheiße. Ja. Was sieht man denn, was hier oben und unten ist? Oder? Gib mir eine vernünftige Anleitung. Ja, klar. Ich hätte jetzt mal besser aufgepasst. Einmal auf mich hören, Mann. Dann hättest du dir so viel erspart. Was hast du? Ich hab dir direkt gesagt, das Brett muss andersrum. Was hast du gesagt? Doch, das habe ich. Schau, du hast es nicht gesagt. Das habe ich. Dann hast du gesagt, das ist die Seite, aber hier völlig verkehrt. Konntest du gar nicht sehen, du Schwester. Ja, ich hab dir direkt gesagt, nein, das passt nicht, das muss anders herum. Das konntest du gar nicht sehen. Doch, dann hast du mir so gezeigt, guck doch demonstrativ. Hier ist die Seite, hier ist es. Nein. Ja, war's. Ich hab dir schon fertig. Ja. Schneller. Komm, du scheiße hier. Ja. 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 Du kannst dich die ganze Zeit rumschäden, aber alles besser wissen. Du bist so ein richtiger Internet-Veter. Ja, ich bin ja der Supervisor. Du bist ein richtiger Internet-Veter. Nein. Ich bin der Supervisor. Nix drauf außer Zahnbelag. Ja. Ja. Den lass ich mir auch entfernen. Ja. Schau mal die Hammer. Ja, wo hast du sie denn hingetan? Und du hast sie zuletzt. Nein, hatte ich nicht, denn du hast deine scheiß Kiste gepackt, ey. Nein. Du weißt nie was, schieb's aber immer auf mich. So unwissend der Kerl. So unwissend der Kerl. So was von... Ich hab'n Hammer. Pass mir mal auf. Ja, ja. Ich kann's auch aus der Kamera so schneiden, ne? So fängt dran. Ja. Das kommt nach hinten. Nee. Ziege. Alter, du weißt ja richtig viel über die Baukunst. Jetzt fällt die Klappe. Wenn ich dich nicht hätte. Weißt du, manchmal einfach die Klappe halten. Dann hätte ich eine andere. Eine Stunde für so'n Kackschrank hier, ey. Ja, hätte ich. Ja. Würde ich das Brett halten? Ja, wäre mein normaler Schrank und nicht so'n ***, wäre das alles gut. So. Au! Den Haaren reinkippen. Erstmal bisschen zu und ziehen und dann hoch. Vorsicht, da sind alle hier. Ja, jetzt machen die alles gut. Wenn die jetzt alle kaputt sind, dann berass dich aus. Wer hat denn hier den Nagel gemacht? War das ja bei Evgenia? Ja, das war Evgenia. Egal, da kommt ja ein Brett drauf. Welcher Nagel ist das? Ja, das war nicht so schnell. Siehst du? Ja, lass mich die Nagel ausziehen. Bitte dreh das Ding rein. Ich krieg's nicht hin. Was machst du denn noch schon wieder? Ja, ich will diese Dinger dabei machen und ich hab keine Kraft hier reinzudrücken. Ja, drück noch mehr, damit die Dinger jetzt umkippt. Ja, es geht um die Böden. Einmal ein bisschen krabb in den Fingern haben wir, oder was? Aber drücken! Es ist wie auf der Letzte, drücken! Nicht gucken, drücken! Was ist das jetzt? Können wir hier mal heranmachen? Junge halten bitte. Hast du? Spricht du die Tür auf? Ne, hab ich nicht. Wollen wir nicht bewegen? Ja, der Schiebeturm von der Fingern. Das mit dem Nagel ärgert mich aber richtig. Ohne? Mit dem Nagel. Schon gut. Nee. Aber wenn du richtiges Holz hast, also ich meine meistens Holz, die kann ich nicht so schnell abspritten. Ja, das ist ja nur laminiert, das ist ja nur Folie, wenn du so willst. Das meine ich, aber bei meinem massiven Holz passiert das nicht. In einem richtigen Haus werden wir massives Holz haben. Dann müssen wir alle selbst bauen. Die Möbel von meinem Vater, die sind auch massiv, das ist nichts lackiert, die er da hat. Es gibt ja auch Läden, wo du das kaufen kannst, so ist es ja nicht. Ich schrei noch ein zum Beispiel. Ich sag, als ob du bei Funk und bei Ikea und wie sind ich alle weiß, dann kriegst du es eigentlich bei Wurz. Warte halt, das ist noch nicht richtig drin. So viel Zeug ist schon wieder übrig, scheint ja wie bei uns so sein, irgendwie hast du immer mehr drin als du brauchst. Obwohl hier die P***-Krauben, die sind ja durchgedreht, da muss ich gerade mit der Zange rausholen. Deswegen gut, dass eine zu viel war. Wir hoffen, euch hat das neue Format gefallen und keine Sorge, trotz der Sprüche haben wir uns dennoch lieb. Manchmal hat man das ja so als Pärchen, wenn man gerade am Bauen ist und Meinungsverschiedenheiten, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch. So I really, really wanna know, what the hell you waiting for? Bye-bye! Bye! Vielen Dank.